Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Griefer Games News Leute. Es kann sein, dass diese News schon etwas älter sind, aber trotzdem bringe ich die heute einfach mal. Und zwar Leute, die allererste News ist, dass vom Griefer Games Shop die E-Mail geändert wurde. Und zwar wurde die auf jetzt shop.griefergames.net geändert. Die nächste News ist Leute, dass letzte Woche Mittwoch, also das ist jetzt schon eine Weile her Leute, das ist ein Tag nach meinem Geburtstag gewesen, also das ist jetzt schon ordentlicher. Dass da schon wieder der TS abgestürzt ist, aber wirklich dieses Mal richtig von heute auch, der ist einfach plötzlich abgestürzt Leute. Ich weiß nicht woher das kommt, das kann wirklich sein, dass die irgendwie immer noch, dass die entweder gedelost werden oder dass sie wirklich immer noch Serverprobleme haben. So Leute, dann hat Flo auch neulich ein Video aufgenommen, wo er mit Würde die Leute getrolt hat, was ich eigentlich sehr gut finde, wo ich mir denke, das kann ein Abge eigentlich auch mal machen. Und die Spieler haben sich schon gewundert. Ich finde sowas eigentlich mehr sehr gut, weil Abge hat das ja schon mal gemacht, vor ein paar Jahren. Aber ich finde, er kann das mal wieder gerne machen. Das würde ich jetzt einfach mal noch mit reinnehmen. Und ja Leute, die nächste News ist, es wurden jetzt schon wieder neue Subs eingestellt. Das ist ja glaube ich immer noch im Moment, geht hier noch die Bewerbungsphase, die geht ja bis zum 12.05. glaube ich. Aber es wurden jetzt schon wieder neue Subs angenommen. Und dann haben wir noch eine ganz interessante News. Und zwar scammt anscheinend der DEA-Clan, also diese eine, drei und ein paar Leute aus der DEA-Scam anscheinend. Das hat den Hintergrund, dass anscheinend viel zu seiner Freunde gescammt worden und er Leute mal zurück scammt wollen. Und der hat jetzt mit seinen, ich sage mal mit seinen Clan oder mit seinen Freunden, ich weiß jetzt nicht, wer da noch dabei war, 50 Millionen erbeutet. 50 Millionen Leute auf Hilfe geben. Das hat er jetzt insgesamt an Spawnplot, sonst was erbeutet, an Money, an Items, alles zusammengefasst. 50 Millionen Leute, müsst ihr euch ja mal geben. Der hatte so einen guten Ruf, dass er um 50 Millionen insgesamt scammen konnte. Also das ist schon heftig. Gut Leute, dann warst du es auch schon wieder von dieser Gewebungs-News. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Like verlassen und mich gerne mal abonnieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.